Ja, mal geht. Let's fucking go. Was geht ab? Wir sind auf dem Weg nach Sizilien und sind heute 15 Stunden oder 14 Stunden gefahren. Die sind endlich in Rom angekommen, gehen gleich auch noch in die Stadt und nehmen euch da ein bisschen mit. Und morgen kommen wir irgendwann hoffentlich in Sizilien an und dann geht's endlich los. Herzlich willkommen in der wunderschönsten Stadt Europas. Nach einer 14-stündigen Autofahrt werden wir nun deliziös speisen. Was? Deliziöse Scheißen? Guck mal, da steht Antilazio. Finden wir alle gut. Sehr gut. Neben unserer großen Leidenschaft zur Musik sind wir auch, die meisten zumindest, große Fußballfans. Als leidenschaftlicher AS Roma Fan ist das natürlich nochmal viel geiler, wenn auf den Mauern, wenn da schon Graffiti drauf ist, auch noch was gegen unsere Hasselmannschaft Lazio steht. Wie versprochen sind wir endlich in Rom und ihr hört's hupen und direkt zu meiner Linken, zu unserer Linken das Kolosseum. Aber jetzt müssen wir echt was essen. Ja, wir haben gerade lecker gegessen. Es ist gerade echt ein bisschen Platz und irgendwie merken wir gerade, dass wir 14 Stunden oder sogar länger unterwegs waren. Aber wir haben hier einen wunderschönen Ausglück. Das ist das Kolosseum. In Rom. In Italien. In Europa. Italien. Aber wir werden jetzt noch ein bisschen spazieren, aber wahrscheinlich auch bald ins Bett gehen. Weil morgen geht's auch wieder um vier weiter. Morgens. Und wir wollen noch genug Zeit haben zum Proben, wenn wir in Sizilien ankommen. Damit wir uns für das New Bands vorbereiten können und unsere neuen Songs einstudieren können. Ganz genau. Für all die, die kein Spanisch sprechen, guten Abend, willkommen in Rom. Guten Morgen. Es ist 3.30 Uhr. Ocean World ist wieder auf den Beinen. Nicht viel Schlaf. Ihr seht hier, wir haben hier eine Klimaanlage. Mit mir 21 Uhr. Von der wir eigentlich am Anfang alle ziemlich begeistert werden. Nur irgendwie haben wir jetzt alle ein Kloß im Hals. Jetzt haben wir einfach mal ein. Du hast ein Kloß im Hals. Bei mir ist es fein. Wir machen uns jetzt erstmal einen Tee. Genau. Einen grünen Tee von Evertea. Von Evertea. Peter ist gerade noch am Duschen. Gehen wir jetzt auch mal rein, Leute. Scheiße. Ja. Und wir sehen uns dann wieder auf der Fahrt. Ja, Lieben. Wie stehen die Aktien? Ähm, gut. Also es sind jetzt noch 8,5 Stunden, bis wir, äh, daheim sind in Zizip. Wir müssen erstmal zur Ferne noch, bevor wir dann rüber gehen. Ähm, es wird doch eine lange Reise. Aktuell kommen wir 14.38 Uhr an, aber erfahrungsgemäß wird sich jetzt schon noch am Hinblick verzögern. Wir haben jetzt kurz nach 6. Und bei den Schlafköpfe sind am Schlaf. Äh, erstes Ziel morgens immer erstmal einen Meter machen. Und dann, ja, schauen wir mal. Ja. 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 Jojo, wir sind auf der Fähre nach Sezibien. Wir haben jetzt ziemlich lange gewartet. Aber wir sind jetzt auf dem Schiff. Die Fahrt dauert so um die 20 Minuten maximal. Jetzt holen wir uns was zum Essie. Hier von Arrancini, das Beste auf der Welt. Wie ihr sehen könnt, die Szene liegt direkt vor uns. Wir genießen jetzt hier noch unsere Arrancini. Gleich geht es dann wieder zurück in die Bertha. Dann fahren wir noch ca. 2 Stunden bis wir dann in unserem Hauptquartier angekommen sind. Das sind schon fast 3 Stunden. Dann fahren wir 3 Stunden zu unserem Hauptquartier. Dann werden erstmal die Füße hochgelegt. Aber das zeigen wir euch alles mal später. geht es dann auch hier. 2 1 2 4 10